Hallo Leute, heute gibt es eine saftige Theorie für euch. Frage ist, ist Marco Mario in echt tot? Verschweigt Nintendo den Fans was? Lasst mich den Theorie erklären. In Xbox 2 ist Mario böse, Uncommunist. Uncommunist. Oh oh, oh oh. Oh. Und am Ende da siegt Deddy Kong Jr. Kong den bösen Mario in der Feld. Batsch, ohnmächtig. Oder? Ich sag nö, der ist tot. Seit dem Tod erlebt Mario auch vollen krasses Dinge, wie Ku-Koopa-Trupa und Goomba böse. Gegner die Bonster, die er bekämpft. Dann Bowser, den kannst du ja gar nicht geben. Gibt's auch nicht. Sondern nur in Marios Toten fortschlungen. Weil er gestorben, als er runtergefallen ist bei Donkey Kong Affen. Also Mario ist tot. Luchi sein Bruders auch stirbt. Weil in Luchis Mansion sieht man Spiegel, wo sich Luchi erhängt. Brutal, er hat sich erhängt. Hat er sich erhängt. Na dann, lasst mal ein Like da. Und wir sehen uns dann in einem nächsten... ... ... ...